Ja Simon, XCOM. Was ist dein Lieblingskontinent? Ähm, 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 Asien. Ah, Asien. Für unsere Zuschauer, ich spiele mit Mods. Wir haben 33% weniger anstatt 50. Also, los geht's. Ah, die Math. Fucking XCOM. Hier, direkt schon wieder. Nix, nix. Cover. Cover bauen wir nicht. Wenn wir Autos haben. Ey Arschloch. Ey Arschloch, siehst du das? Was denn? Sieht der den nicht, oder was? Sieht der den nicht. Der Leuchte doch. Du hast da das F-Wort benutzt. Ah, fuck. Welches F-Wort? Du hast das andere F-Wort benutzt. Fuck. Foforze. Fimmel. Alle F-Wörter benutzt. Da ist irgendwo noch, also ich weiß nicht, was das für ein Store ist. Das ist offensichtlich, äh... Ein lecker Store, hab ich doch jetzt schon gesagt. Nein, 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 guck mal. Farming Supplies. Boots. Boots. Ja, das ist, das ist eine Liquor Store aufm Dorf. Boots. Und irgendwo ist noch ein, äh, irgendwo ist noch eine, äh, Gambling Machine. Ja, das ist die Weiterentwicklung von einem Tante-Emma-Laden, Junge. Echt? Da gibt's halt einfach 90% Alkohol, 10% Gambling und, äh, Farming Supply. Das ist das, was du brauchst. Was los? Jetzt guckt er seinen Kumpel an. Ey, hier, ich download das sweet dance from the internet. Hehehe. Hehehe. Du, 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 du. Ah. So ungefähr. Ja, geil. Oh, ich mag Vargas. Vargas ist, äh, guck, wir müssen jetzt eigentlich in unsere Richtung. Ich hab den jetzt gepullt, weißt du? Ich hab den geagroht und jetzt hab ich den gepullt. Agro, Agro-Tank. Umpfk. Ja, ja. Achtet auf eure DPS. Lol, der Heal ist wieder ausgeblieben. Ey. Mehr Dots, ey. Nächstes Mal mehr Dots. Alle Dots drauf, ey. Und machen eigentlich schon wieder die Warlords. 50 DKP minus für den Warlord. Welchen? Was? Alles schön durch. Ich hatte auch schon, äh, ich hatte ungelogen auch schon Missionen, da sind alle danach als Heavy oder so, als eine Klasse zurückgekommen. Alle? Ja. Das ist ja jetzt ein Full-Team hier, das andere ist. Ja. Wir müssen die jetzt erstmal benennen, unabhängig von ihrer Nationalität, außer den Franzosen, den nennen wir... Jesus war das. Den muss man nicht umbenennen, der ist schon gut genug. Den muss man nicht benennen, der ist perfekt. Außer, wie gesagt, unabhängig von ihrer Nationalität, außer den Franzosen, den nennen wir nämlich Jacques Baguette. Ja. Weil das ist der einzige französische Name, der mir einsteckt. Gucken wir uns mal Ressous an. Ressous war das. Oh, was ein Bad Motherfucker. Alter. Oh, Junge. Sag mir ne Zahl zwischen 1 und... 12. So. Bäh, ich kann nicht klicken. There you go. 1 und 32, ne Zahl zwischen 1 und 32. Ich sagte bereits 12. Du weißt doch, was das ist wahrscheinlich. Nö, weiß ich nicht, keine Ahnung. 12. Hm. Ach, Vargas kann das. Vargas kann auch Pink, äh... Der könnte Pink, ne? Ja. Wer trotzdem ist ein Badass. So, wen haben wir denn auch? King Vargas, Alter. Edith Girard. Ach, ja, die ist Französisch. Jacqueline Baguette. Haha. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, ne. Mit einem Apostrophe über dem E, bitte. Nee, ein Apostrophe über das E. Plus. Nein, plus. Sehr gut. Sehr gut. Plus. Jacqueline plus. Danke sehr. Du bist ein bisschen hinter mir. Nee, wenn, dann machen wir einen Accent de Gu, weil dann zeigt es so aufeinander, weißt du? Baguette. Baguette. Jacqueline Baguette. Jetzt wüsste ich... Woah, woah, woah. Woah, woah. Jetzt wüsste ich gerne, wie die, wie die, äh, wie diese eine bei Aliens hieß. Nicht Ripley. Ja, äh... Weißt schon. Äh, äh, have you ever been? Ja, 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 ja. Also, wüsste ich einfach nicht. Ja? Die war aber Latina, und das hier ist offensichtlich. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal, Alter. Die Alte. Endlich hast du das Prinzip verstanden. Oh Gott. Der sieht auch schon aus wie Leute, die mit uns im Abi waren. Weißt du, vom Abi, oder weißt du, von der Hauptschule direkt zu XCOM. Von der Hauptschule direkt zum Alienjäger. Ja. Ist mein Karriere-Traum gewesen, hab ich leider nicht geschafft. Egal. Du hast aber die Hauptschule nicht geschafft. Ich will aber Martin mitnehmen. Achso. Ja. Dann musst du ihn aber auch noch umbenennen. Kannst du ihm bitte nen Zopf geben, damit er so richtig versifft aussieht, so? Gibt's Zöpfe von Männern? Martin, Martin und äh... Ja, ein Master. Ne, Martin, Zöpfe gibt's tatsächlich nicht. Martin Appleboy. Aber Krautmann ist auch okay. Presus. Run and Gun, Junge. Ja. Rock'n'Roll. Fuck it. Rock'n'Roll. Renn mit in die Scheiße rein, Alter. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals gemacht hast. Ja. Ich bin ein toller Commander. Damit du stirbst. Fuck you! Guck mal, wie er ausrastet völlig. Ah, oh Gott. Und wir sehen Krautmann im Mittelfeld mit einem extrem schlechten Fehlpass. Der gegnerische Keeper schlägt die Hände überm Kopf zusammen. Was für'n Spast. Das war's mit... Oh, ja. Jesus! Ja, Jesus. Das stimmt. Allerdings. Guck dir die... Guck dir die doch mal an. Das war's. Die versagen ja auf ganzer Linie. Die haben's auch nicht anders verdient, als zu sterben. Er starb für meine Sünden. Nein! Das war's, Krautmann. Ah, Gott. Wir werden dich... Erbärmlich. Wir werden dich vermissen. Erbärmlich. Dein Bruder Wurstmann wird dann für dich übernehmen. Ja. Joe Marshall... Joe Marshall ist auch ein super amerikanischer Name. Der kann auch so heißen. Der kann auch... Das kann so bleiben. Ja. Joe Marshall. Der sieht aber... Der sieht doch aus wie... Ey, Team Leader. Der sieht aus wie Bruce fucking Willis, ey. Ja. Bruce Marshall. Guck mal. Guck doch mal. Der sieht fucking aus wie Bruce Willis, ey. Kannst du noch mehr Glatze dem machen, bitte? Ja, warte. Kannst du ihn dann Bruce Willis... Bruce Willis nennen? Bruce Willis Marshall. Der hat einge... Der hat geheiratet, wa? Ja. Doppelname. Ist nicht der echte Bruce Willis. Alter, der sieht wirklich aus wie Bruce Willis. Guck doch mal. Warte. Der sieht aus, als ob der eine Bratpfanne ins Gesicht gekriegt hätte als Säugling. Ne, das war schon gut mit dem halb... Halbwegs braun und so. Das war schon in Ordnung. Ja, es gibt doch sicherlich noch weniger Haare. Ah, ich hab hier Probleme mit dem... Das ist nicht halbwegs braun, das ist Assi-Bräune, aber gut. Das ist okay. Und jetzt weniger Haare, bitte noch. Halt! Das ist falsch. Das sind gar keine Haare. Ja, nimm gar keine. Nimm gar keine. Was willst du denn? Bist du jetzt... Bist du hier, äh... Die Hard 1 oder Die Hard 4, Bruce Willis, ja? Das ist die Frage. Dann aber... Das ist... Das braucht der gar nicht, der braucht ein 3-Tage-Bartwender maximal. Ja, ja. Ja. Alter, das ist... Alter, das ist ja wirklich Bruce Willis. Fuck you! Warum, aber gut. Wenn er da hinten Overwatch machen will, das kann er gerne machen. Das ist, äh, nicht mein Problem. Jesus. Ich hab dich noch auf Overwatch! Watt? Warte mal, 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 was? Ähm Ja Terrible Fall in Heat, ja 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 Was sagst du dazu? Shen, es ist nicht die Zeit, jetzt nach mehr Geld zu fragen Fah Remember Das ist aber schade, dass unsere Leute alle umgebracht worden sind Wenn wir mehr Geld hätten Könnten wir vielleicht bessere Ausrüstung entwickeln Establishing, Ablehnung Ich glaube, die können nicht mehr ins Meer stürzen Wie damals in Eins Was ist jetzt los? Was? Shot down Wow Ja, toll Miss Baguette, die Einzige, die all diese Scheiße überlebt hat Weil sie nicht dabei war Ehehehe Mein All-Women-Team hier, ja Ja Cause this is ladies night Oh when the feeling's right Heute ladies night in XCOM Freier Eintritt ab 12 Bis 12 für alle Frauen Cocktail gratis Auf was für ladies parties gehst du denn? Freier Eintritt ab 12 Wir haben 12, Junge Zwischen 12 und 16 Ich rede von der Uhrzeit Ich rede von der Uhrzeit, du blöder Pädobär, du Dank Außerdem kannst du ja eh alles rausschneiden, was wir hier an Scheiße labern Und wie ich dich kenne, müsste genau das jetzt nicht rausschneiden, weil du ein Assi bist Die Beste, die wir hatten Aus Fullcover, ne, hat keine Werte Alles ist im Arsch Weißt du was? Ja America Ja Freedom 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 Papa Black Blick Butter Punkt andır labeling listings い